Hey Internet und YouTube, ab 18 Uhr gibt es einen Stream, wie fast jeden Tag und heute war ausnahmsweise Oblivion, weil es schon länger nicht auf YouTube kam. Entspannen wir uns heute, ich weiß nicht genau, ich will nicht genau wissen, wie ihr euch entspannt, auf jeden Fall, ich entspanne mich mit Elder Scrolls, ab 18 Uhr bis, tja, maximal 22 Uhr zücken wir unser Schwert. Oh mein Gott, was ihr wieder denkt, entspannen, Schwert erzücken, Link ist in der Beschreibung, bis dahin, macht's gut, tschüss.